Hey! Hallo? Marcel Ich werde nicht gehen. Nicht jetzt. Niemals. Wieso hast du mir das nicht gesagt, als ich noch Leiter für Kundenzufriedenheit Herr Neumann Wir wollen es endlich verstehen Hey! Hier ist Marcel Marcel Davies Heilige Scheiße Mach's dir gemütlich Denn ich werde dir jetzt die Geschichte meines ESL-Modems erzählen Genauer gesagt, warum mein ESL-Modem ein Ende fand Und wenn du diese Kassetten hörst Dann bist du einer der Gründe dafür Erzählt Marcel Wahrheit Glaub nicht alles was du bei Familie Sturm so hörst Was auch immer Marcel gedacht hat zu sehen War gelogen auf den blöden Kassetten Weil sie eine verrückte Drama Queen war Die nichts weiter wollte außer DSL-Kunden Marcel hatte Geheimnisse Mrs. Neumann-Massel Geheimnisse haben sie umgebracht Ich werde vielleicht nie wissen, warum du getan hast Was DSL-Kunden wichtig ist Aber ich kann dafür sorgen, dass du weißt, wie es sich anfühlt Du kennst nicht die ganze Story Was muss ich denn noch wissen? Hast du dich auch verschworen? Genauso wie der Rest von dir 1&1 Aber ich nicht! Jeder hier ist so n... Fair und transparent Bis sie einen dazu treiben sich umzubringen Und früher oder später wird die Wahrheit rauskommen Das ist ein wilde Game of Survival Das ist ein wilde Das ist ein wilde Dramatische Dramatische